Ach, bist du wahnsinnig geworden! Halt den Mund! Küss mich, es muss schön sein, vor dir geküsst zu werden. Ich brech dich aufs Genick, wenn du dich so fahre schwindest. Los, raus mit dir! Raus mit dir, sage ich! Raus! Kommt, meine Teuchte, kommt alle zu mir. Was wollen Sie? Ich bin Rodion Sergujev. Ich war zu 20 Jahren verurteilt. Du hast meine Begnadigung durchgesetzt. Ja, und du kommst mit einem Revolver her, um deine Dankbarkeit zu beweisen. Du hast meine Frau gezwungen, dir zu Willen zu sein, als Preis für deine Vermittlung. Sie leugnet. Aber es war so. Du weißt ja überhaupt nicht, was für eine wunderbare Frau du hast. Sie ist viel zu schade für dich. Ich werde dir das Handwerk legen. Du wirst keine Frau mehr verführen. Raus! Du schaffst du! Nimm dein Spielzeug und verschwinde! Nimm dein Spielzeug und verschwinde! Euer Majestät. Ich weiß, wie Sie...